Das zu veräußernde neuwertige Mehrfamilienhaus steht in Regensburg. Das im Jahr 1900 erbaute Gebäude verfügt über drei Etagen. Es wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Außenparkplatz. Es hat vier Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine Gästetoilette und einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 270 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 300 Quadratmetern auf. Die Immobilie steht für 710.000 Euro zum Verkauf. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.